So, da sind wir auch wieder. Sully wurde gerade vor unseren Augen erschossen wie Gandhi, konnte die ganzen Nächte nicht schlafen. Natürlich konnte ich schlafen, aber ich bekam so leichte Albträume. Sully und so. Das ist doch unser Gefährte. Was zum Henker? Hellraiser! Hellraiser! Und ähm, hell im Loch. Nein, 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 nein. Dann gehen wir hier entlang. Schauen, ob die Feinde da sind. Dann laufen sie an uns vorbei und ich sehe sie nicht. Oh, wie schnell kann der Typ brennen? Das ist doch kein normaler Mensch. Das stinkt ja schon fast nach dem Gin. Um mal das Thema hier im Spiel aufzugreifen. Oh, oh. Leerar Muni kann ich nix mehr reißen. Mit dem Toten Rake auch nicht. Ach man. Das hatte ja schon fast was von den Propheten. Ich hab's hereifft für Zeit. So. Das wird aber knifflig immer. Hör mal, du. Du da. Ganz genau. Du da vor dem, ähm, Monitor. LCD-Display. Dingensbumsen. Ich weiß nicht. Ähm, zwei? Zwei. Hm. Spannend, 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 spannend. Bis dann! Tschüss! Oh. Fantastisch von Killsohn. Ah, einer weniger. Kurzer Man. So, und weiter geht's. Okay, das ist klar. Das sind keine normalen Typen. Keine Soldaten. Keine Lakaien. Nein, das sind wahrscheinlich... Janie sein. Ich glück. Äh, da hab ich... Äh, da hab ich gar nicht so viel für. So, und schnell nach. Und der ist über uns. Und hier duftet es wieder nach dem Schatz. Und nach dem Stinker, ja. Stinker, Stinker, Stinker. Er hat sich selbst gebürnt. So, umschau'n, 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 umschau'n. Und es ist... Hilfe ist das! Du Scheinheiligen! Wartet bis hier, wir uns an den Schatz ranmachen. Er hat sie ihm da bestimmt auch noch so schön... Und zack! Ausgegeniert! Oder was auch immer du bist. Okay, das werden immer mehr. Das ist schön. Weniger ist das neue, mehr. Wär schön, wenn's so wäre. Dann wär's schneller vorbei. Aber dann wär's ja auch halb so interessant. Nur ihr mit eurem Unendlich-Leben ist... Oh nein, jetzt sag ich nicht, die sind alle so. Dann wird's ja ein Heidenspaß. Ja, Dreck! Mist! Mist! Kacke! Ja, Fluchen hilft dir nicht weiter. Entdeckung und Klatsch. Ins Gesicht und ins Gesicht und ausgewichen. Und meine Bauch zurück. Und dann kommt da so eine Art Molotow-Cocktail. Oh, Autsch! Abgelenkt und Klatsch zurück. Oh nein! Der Typ ist ja jetzt auch so. Ich glaub's ja nicht. Der ist ja auch so, ähm, Beamen und Flammen. Ich weiß jetzt nicht... Ich kenn keinen speziellen Charakter, der das grad kann. Sonst würd ich mal kurz ein Beispiel nennen. Sonst komm ich mit nem schönen, ähm, Flammen-Typen. Boah! Auch Gefahr... Boah! Auch wenn ich jetzt Gefahr lauf, etwas zu spoilern, wer den ersten und zweiten Titel noch nicht gespielt hat, es kommen in jedem Teil mystische Wesen vor. Nur ich hoffe, dass das hier nicht als die mystischen Wesen sind. Weil das im Grunde ja auch nur Menschen sind, nur mit anderen Fähigkeiten und so. Aber ich bin mal gespannt. Ich hab's ja noch nicht gespielt. Bisher... Also ich bin nur so weit, wie ihr jetzt gerade seht. Außer es gibt neuere Videos. Genug Gequake. Wo geht's weiter? Das ist die Frage. Wahrscheinlich da rein. Wupp. Aber ich guck mich hier erstmal um. Umschau, nicht runterspringen. Selbstmord gefährdet bin ich ja jetzt hier. Oder Drake zumindest auch gerade. So ein bisschen mit meiner führenden Hand. Oder Daumen. Oder Händen. Da bin... Nimm ich's nicht so genau. So. Von hier kamen die. Und jetzt... Okay. Altertümliche Stadt. Moderner Aufzug. Oh, Talbot. Hallo. Talbot. Komm sofort zurück, du Mistkerl. Ja, das bestätige. Das ist ein Mistkerl. Du bist tot. Hörst du, du bist tot. Der kann auch unmenschlich schnell rennen. Komm sofort zurück. Okay, jetzt nicht mehr. Was? Wo ist da hin? Moment mal. Für einen Moment dachte ich, wir sind ein paar Call of Duty. Wo bin ich? Das ist Katharina. Ich war seit 20 Jahren nicht mehr hier. Ich glaub, dieser Ort ist nicht nur ein Ort. Okay. Das sieht nicht gut aus. Oh nein. Laufel, laufel, laufel. Vor den Spielen weg. Wir wollen sie nicht finden. Sonst kriegen sie uns noch. Gehen die Kamera zu laufen. Macht keinen Spaß. Und plötzlich sind wir klein. Aber was soll ich mir sagen? Jetzt ist dieselbe Passage wie am Anfang. Und der hält sich nicht fest. Erspielifizieren. Nein. Okay. Wir müssen jetzt wieder seitwärts laufen. So ein bisschen Super Mario Retro Spielstil. Halte ich jetzt mal fest. Kleiner Drake. Ist genau dieselbe Passage wie am Anfang. Aber interessant. Immer gespannt. Okay, kleiner Drake mit alter Stimme. Das ist ja mal lustig. Oh, Mist. Halt. Stopp. Bremse. Ich muss. Hier, genau. Ähm. Selbe Situation wie damals. Was? Nein. 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 Geh weg, bitte. Ach, toll. Oh nein, was ist das? Und wieder unter Drogen. Oder zumindest unter hallucinierenden oder sinnesverändernden Substanzen. Ein Mini-TV. Ja, ich bin, glaube ich, auch ein bisschen davon getroffen. Das war eher eine Statue, aber ich sehe da ein Mini-TV. Eine altertümliche Röhre. Aus Stein. So wie Fred Feuerstein und so. Ihr wisst ja. Müllfall kleiner, aber ja auch ein Schwein. Ein Dinosaurier-Schwein. Alles, alles bewegt sich. Ich muss raus. Ich muss hier lecken. Nein, nein, nein. Nein. Kein nicht. Was geht hier vor? Antworten wirst du jetzt eh keine kriegen, glaube ich. Aber ganz schön mysteriös. Dieser Telvet. Ich würde ihn ja mal als Dealer bezeichnen. Aber das passt nicht so in das Schema von Uncharted 3. Beziehungsweise Uncharted. Da liegt aber eine Waffe. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Das müssen wir uns bestimmt hier irgendwie durchschießen. in diesem Daseinszustand. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Bin mal gespannt. Mal hier runter. Setze fest. Kein Ausweg. Ausweg, Weg, Weg. Wind, Winden. Irgendwo, wo, wo. Musst du, musst du, musst du. Winden, Winden. Waffe, waffe. Nehmen, nehmen. Kann ja dir, dir, dir verrückt. Bessern. Wackel, wackel. Der Telvetenema ist ganz, ganz verwirrend. Ich mein's ernst. Das ist verwirrend. Ich schau mich mal ein bisschen um. Jetzt mal nicht aus Gründen der Schatzsuche. Sondern der besinnlich besseren Wahrnehmung. Boden, Weg, Weg, sich, sich. Aber war das, das ist doch noch nichts. Wohin denn wir müssen? Weg nach oben. Oder doch nicht. Das ist jetzt etwas knifflig. Aber erstens, weil es zu schwammig ist. Aber vielleicht müssen wir ja hier durch. Ich weiß es nicht. Ah ja. Kein Ausweg. Kein Ausweg. Oh nein. Sie sind hier. Ich bring sie um. Ja, das wäre auch das Beste, was man jetzt machen kann, als wir die so umbringen. So, und rein da. Hinter mir. Äh, vor mir. Neben mir. Boah, das ist ja genial. Genial. Schwammige Ansicht. Schwarz-Weiß. Überall beamen die sich hin. Das ist ein Schwierigkeitsgrad für sich. Nicht unmöglich. Das meine ich jetzt nicht. Schrei! Komm, schrei dir deinen, äh, Geist aus der, ähm, Hülle. Hallo, Puma! Also, ich fand, das hört sich etwas an wie so eine Wildkatze. Ich kann das nicht. Ich bin Mensch. Ja, von da kamen sie. Überall sind... Boah, das schwammige Wild aber langsam ein bisschen... gewöhnungsbedürftig für meine Augen. Aber, ne, bewegt sich noch. Ich dachte, ich hab mir das jetzt nur eingebildet. Okay, ich dachte, der Boden geht, äh, was? Bronn? Was, babbelt der da? Ich verstehe kein Wort. Rauchloser Feuer? Ja, ich weiß nicht. Drake nicht super hält gegen... Geister. Feuerschleudernd. Waffengreifend. Teleportierend. Also, im kleinen Minig kommt es mir wirklich vor. Wie bei Saints Row für im Moment. Da gibt es ja nicht auch so Typen, die das können. Äh, Leute, die schießen noch viel zu schnell. Okay, dann müssen wir noch schneller werden. Dämonen. Ah, Feuerdämonen. Okay. Rein in die Gutehöhle, rein in die Gutehöhle und rein in die Deckung vielleicht, wäre man nicht schlecht. Nein, keine gute Idee. Ich merke da schon, keine gute Idee, denn Drake macht nicht so schnell. Dämonen. Mehr Dämonen. Feuerdämonen. Vielleicht soll ich mir mal den... Drake, wenn du von jetzt nicht real sprichst, dann erklär mir mal die Monster, die in den ersten beiden Teilen so nicht... Nein, spring! Ja, spring dem Drake ins... So, einer weniger, endlich. So, jetzt atmen wir mal kurz durch. Es war ein Befreiungsschrei. Sorry. Kommt auch nicht nochmal vor. Es war ein Befreiungsschrei. Oh, okay. Kommt auch nicht mehr. Ich komm.